Wie würden Sie ja mit Verrätern umgehen? Bestrafen. Mit dem Tod? Es gibt einen neuen Fall. Der erste Mord des Jahres. Der Mann hat den ganzen Ringverein, der ganzen Staat, jede Menge Freude bereitet. Dass es weist. Wer ihn umgebracht hat, wird sich die Unterwelt zum Feind machen. Auf die neue Zeit! Extrablatt. Bandenkrieg bricht aus in Berlin. Brutale Baune in Kreuzberg. Berlin im Blut raus. Stinkt die Hüften. Die Stadt fiebert mit euch. Drüche nach Moskau, Paris und nach Wien. Wir winken euch zu, alles kommt nach Berlin. Alles schrill, jeder will, allen war. Immer klar, dass wir zwei rückziehen. Zeitgeberlein für den Sturm. Auf Unrecht folgt Recht. Auf Barbarei folgt Ordnung. Auf Schwäche folgt Starke. Ich will Vernichtung. Sprichst du von Gefühlen gegenüber der Welt? Oder gegenüber einem Menschen? Du bist kein Mensch, Pater. Du bist der Teufel. Pass auf, weil man sehr leicht vergisst. Ich erkenne sie nicht mehr wieder. Sie sind für mich gestorben, Herr Rath. Nichts bleibt, wie es ist. Geryon. Bereit für die nächste Sitzung? Die Sitzung ist für die Sitzung.